Also für die Unternehmen intern heißt das natürlich erstmal, dass sie versuchen müssen, diese Silostruktur zu sprengen. Das denke ich geht relativ leicht, wenn man diese Informations- und Erfolgstransparenz weiter nach unten treibt und sichtbar macht. Und das koppelt an die Strategie und nicht mehr denkt, man müsste in einem großen, wichtigen Management-Circle sitzen und jetzt mal irgendwie so eine 2-Jahres-Strategie irgendwie planen oder 5-Jahres-Strategie planen und die dann langsam top-down irgendwie in die einzelnen Abteilungen bringen und bis das überhaupt unten angekommen ist, ist ja schon mal das erste Jahr meistens irgendwie durch. Sondern, dass man da eigentlich auch, wie die IT das mit ihren Abteilungen macht, also so Scrum- oder Running-Teams entwickelt. Das heißt, okay, wir messen oder wir sehen im Markt, da ist die und die Veränderung. Die ist für das, was wir anbieten und unsere Kernkompetenz wichtig. Wir sollten darauf setzen, wie können wir das jetzt bestmöglich abschöpfen. Und dann müssen sich sofort Taskforces, Teams bilden. Die sind kleine Einheiten, sehr autonome Einheiten, die auch eine Macht haben, was zu dürfen, die ein Budget haben, die sich dann treffen und die auch wirklich Ideen entwickeln dürfen, die nicht mit dem bisherigen vielleicht zu tun haben müssen, die auch wirklich ganz was anderes sein müssen. Die sich vernetzen auch mit anderen Partnern, die vielleicht auch gemeinsam überleben und weniger Angst haben, dass gleich wieder irgendwelche Informationen abgezapft werden. Sondern die Mitarbeiter können sich ja eigentlich oder werden sich langfristig nur für solche Sachen motivieren, wenn sie selber auch für ihr eigenes Profil was mitnehmen können. Im Moment wird ja viel an diesem Profilierungswunsch der Menschen, der nun einfach mal wahrscheinlich gegeben ist, über Status, über Positionen, über hierarchische Ebenen, also in dieser Konstruktion dieses Unternehmens abgegolten. Aber eigentlich, glaube ich, muss das nicht sein, ab dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, ihre Inhalte und das, was sie einbringen, das wird wertgeschätzt. Und bestenfalls nicht nur von den Nächsten in ihrer Abteilung und vielleicht auch nicht nur von den Ranghöheren, sondern vielleicht auch irgendwo da draußen. Also, dass man auch, der Beruf ist ja immer noch für die Deutschen auch mit eines der wichtigsten Sachen, um auch nach außen zu zeigen, wer man ist. Das macht man heute vielleicht über den Firmenwagen und welche Größe das hat. Aber interessanter ist das doch auch, wenn man weiß, was für Inhalte die Leute eigentlich bringen, welche tollen Ideen die haben, wie die Sachen weiterentwickeln konnten. Und auch das lässt sich einfach über das Netz super darstellen. Also, dass einfach Plattformen wie Xing, Thomas Völlmöller, der CEO, der sagt, wir sind der neue Sozialpartner. Wir vertreten doch eigentlich die Interessen der Leute, die sich dann endlich emanzipiert haben und nicht mehr denken, sie sind in einem Silo gefangen, was ihnen zwar Geld und vielleicht auch noch ein Wasser auf dem Firmenwagen gibt und ein Einzelbüro, wenn es hochkommt, sondern die eigentlich gar nicht mehr auch in dieser Polarität zwischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Front sich bewegen, sondern die einfach sagen, ich will was lernen. Ich weiß, ich muss ganz lange arbeiten, weil da kommt irgendwann eine Altersarmut wahrscheinlich sogar auf mich zu und der möchte ich frühzeitig was entgegenstellen. Und das heißt, ich muss auch verkaufen, was ich kann. Und die nächste Generation, die macht das bereits. Die macht das vielleicht jetzt noch mit ein paar irrwitzigen Geschichten, aber sie übt sich im Selbstmarketing. Und das ist etwas, was uns teilweise so ein bisschen oberflächlich oder auch blöde vorkommt. Aber letzten Endes posen wir auf alte kulturelle Arten ja ganz genauso oberflächlich und blöd. Also warum lernen wir eigentlich nicht, in diesem Kommunikationsnetz unsere Skills und Fähigkeiten eher zu kommunizieren, anstatt das, was nachher geldmäßig an Wertschätzung gelaufen ist. Das bedeutet eben auch, dass wir dann stärker die Mitarbeiter so vernetzen müssen, dass sie auch voneinander lernen. Sie haben unheimlich viele neue Sachen, die sie entwickeln müssen. Und dafür brauchen sie aber entweder nicht nur einen Erfahrungsschatz, sondern auch eine Bereitschaft, immer wieder was Neues sich anzuhören, davon zu lernen und das weiterzutreiben. Und das, denke ich, geht einerseits in diesen ganz kleinen autonomen Einheiten, weil man lernt den anderen und dessen Fähigkeiten eigentlich am besten kennen, wenn man zusammenarbeitet. Und je enger man zusammenarbeitet, virtuell und physisch, umso besser lernt man sich eigentlich kennen. Das geht dann ein bisschen dazu, dass man sich was abguckt, wie er irgendwelche Kurzbefehle macht, aber natürlich auch, wie er ein Problem angeht, welche Fragen er sich stellt und wie er Antworten bekommen hat, die dann wirklich dieser Komplexität auch gerecht geworden sind. Und es sind immer zunehmend komplexere Fragestellungen, die diese Teams lösen müssen. Denn für die nicht komplexen Sachen und die Sachen, die einfach sind, wird es Algorithmen geben, die das einfach erledigen. Und das bedeutet eigentlich für die Unternehmen intern eine Spreizung zwischen Mitarbeitern, die nur noch Hilfsjobs machen, also den ganzen Betrieb irgendwie am Laufen halten, und Mitarbeitern, die wirklich hochqualifizierte Wissensarbeiter sind, die sich die ganze Zeit mit komplexen Lösungsfragen beschäftigen. Und dazwischen die Sachbearbeiter, oder die bestimmte Zahlen aufgeratet haben, verknüpft haben, und sowas, also es geht teilweise bis hin zu manchen Führungsaufgaben, die ja darin bestanden haben, gewisse Zahlen so zu analysieren, dass man daraus ein Excel-Sheet gemacht hat und gesehen hat, wo steht das Unternehmen, was müssen wir als nächstes machen und so weiter. Auch das können Algorithmen machen, wenn sie einfach wissen, wo sie ihre Zahlenquellen herbekommen, in welchem Verhältnis sie stehen, welche Faktoren was beeinflussen. Das können sie alles den Rechner machen lassen im Grunde. Und das bedeutet, dass auch dann so eine Führungsperson andere Aufgaben machen kann und mehr Zeit haben wird, ihre einzelnen Mitarbeiter zum Lernen zu befähigen.